Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer. Mein Name ist Kerstin Kaiser und ich bin Programmleiterin bei Lübbe-Audio und ich freue mich sehr, die Schauspielerin und Sprecherin Iris Berben heute im Studio zu begrüßen. Viele von euch kennen sie bestimmt durch ihre zahlreichen Serien und Filme, wie die Konsulin Buttenbrook oder die Patriarchin oder auch ihre Rolle als Kommissarin Rosa Roth. Herzlich willkommen, Frau Berben. Schönen guten Tag. Sie arbeiten hauptberuflich als Schauspielerin, aber auch gelegentlich als Synchronsprecherin. So haben Sie zum Beispiel in dem Animationsfilm Sing einem dievenhaften Schaf Ihre Stimme geliehen und sind auch als Hörbuchsprecherin tätig. War die Arbeit mit Texten, ob mit Filmskripten oder Manuskripten, schon immer Ihr Traumberuf? Ja, weil das ist ja nicht wirklich zu trennen von der Filmerei. Hi. Du beschäftigst dich natürlich auch in der Filmerei ganz stark mit Texten, mit den Figuren. Und in dem Moment, wo man, sagen wir mal, ein Hörbuch spricht, ist die Konzentration ja sehr stark auf der Stimme. Also muss man sich besondere Gedanken machen. Es gibt Bücher, da kann man sehr in die Figuren gehen. Es gibt Bücher, da muss man eigentlich mit einer großmöglichen Distanz etwas erzählen, weil der Text bereits so kraftvoll ist, dass man den nicht noch interpretieren muss. Also es ist ein ständiges Beschäftigen mit Texten und Manuskripten. Und insofern ist das an meinem Beruf so nah dran. Und nachdem der Beruf ein Traumberuf ist, ist auch das ein Traumberuf, ja. Wie sind Sie denn zum Hörbuchsprechen gekommen? Das ist viele lange Jahre her und es hat mit einem bemerkenswerten Buch angefangen, nämlich das Buch von der Annette Viviorka, einer französischen Holocaust-Historikerin. Sie hat ihrer Tochter ein Buch geschrieben. Das bedeutet, sie hat ihrer Tochter Antworten auf Fragen gegeben. Das Buch hieß Mama, was ist Auschwitz? Und das war das erste Mal, dass man mich gefragt hat, nachdem ich dieses Buch als Buch vorgestellt habe, ob ich mir vorstellen könnte, das als Hörbuch zu machen. Ich habe das dann zur großen Freude von mir natürlich auch mit meinem Sohn machen können. Er hat quasi die Texte der Tochter gesprochen. Das war mir ein wichtiges Anliegen, weil das ein Thema ist, mit dem ich mich sehr stark beschäftige, dass man das eben erhält und dass man auch den Menschen die Scheu davor nimmt. Und das war das erste Mal, dass ich ein Hörbuch gemacht habe. Und das hat mich direkt auch in den Bann gezogen, dieses auf sich reduziert sein und den Hörer sehr persönlich anzusprechen. Das war ja das erste Mal. Und dann sind doch viele, viele Bücher gefolgt. Wie viele Jahre ist das jetzt her? Das ist bestimmt 20 Jahre her. Also gleich von Beginn der Hörbuchzeit an. Ja, es war, ich glaube, das wissen Sie sogar besser, in der Zeit, in der die Hörbücher doch relativ stark auf den Markt kamen. Das war der große Beginn. Hörbücher gab es schon vorher, aber vor 20 Jahren begann so die große Welle. Im Gegensatz zur Arbeit am Filmsetz sitzen Sie hier im Studio ja nun ganz alleine vor dem Mikrofon. Sie sind allein mit dem Text und Sie dürfen allein interpretieren. Was reizt Sie an dieser Arbeit? Naja, es ist, ich beschäftige mich natürlich vorher sehr eingehend mit dem Text, den ich habe. Wie gesagt vorhin schon, was gibt man einer Figur, welche Farbe gibt man einer Figur? Wo ist zum Beispiel ganz schön, ich mache relativ viele Kinderbücher auch. Und es ist ganz schön, in diese Märchenfiguren hineinzugehen, diese unterschiedlichen Stimmen. Man sitzt zu Hause, liest es immer wieder. Es ist auch ganz wichtig, laut zu lesen. Das ist nämlich ein ganz anderes Lesen, laut zu lesen, als wenn man leise oder also tonlos liest. Und der Reiz ist natürlich, es zu schaffen, das Visuelle, was ich normalerweise als Schauspieler natürlich auf die Leinwand bringe, das versuche ich dem Zuhörer durch meine Stimme nahe zu bringen. Das hat was mit der Stimmlage zu tun, das hat was mit der Temperatur eines Buches zu tun. Wie gesagt, entweder ist man sehr distanziert oder ist man sehr nah dran, geht man sehr in Figuren rein. Es ist auch immer eine Frage, die man mit dem Regisseur oder der Regisseurin bespricht. Was stellen Sie sich vor? Kommen wir da zusammen? Ich gehe nicht hin und sage, das ist fertig, so habe ich mir das überlegt. Es ist ein Vorschlag, den ich mache. Und dann sitzt man eigentlich doch, wie es auch beim Film üblich ist, zusammen und sagt, das ist ein gutes Umsetzen oder vielleicht könnte man das nochmal anders machen. Also das ist schon auch ein großer Reiz, die Fantasien des Zuhörers zu füllen und zu bedienen. Aber Sie sitzen hier alleine. Fühlen Sie sich dann manchmal etwas einsam? Am Mikrofon? Nee, ich fühle mich nur dann einsam, wenn ich den hundertsten Versprecher hatte und dann immer wieder merke, ich kann eigentlich nur mit mir selber jetzt schimpfen. Nein, es ist eine Arbeit, in der man allein ist, aber man ist nicht einsam in dieser Arbeit. Sie haben jetzt schon ein bisschen erzählt, wie Sie sich vorbereiten. Lesen Sie das Manuskript dann einmal oder zweimal? Also Sie haben schon gesagt, Sie lesen es laut. Ich lese es häufiger. Es kommt auch ein bisschen darauf an. Es gibt Texte, die leicht sind. Bei den Märchen muss ich es nicht mehr ganz so oft machen. Dann gibt es sehr schwierige Texte. Ich habe ja so unterschiedliche Texte gesprochen auch, wo ich merke, ich muss mich sehr lange, sehr intensiv mit den Büchern, mit den Texten beschäftigen. Da kann es auch, da lese ich sie sieben, acht, neunmal. Also das ist einfach auch um eine Form von Geschmeidigkeit auch, weil nichts ist schlimmer als das Ablesen eines Textes. Und das Ablesen muss verschwunden sein, wenn man ein Buch aufnimmt. Man darf gar nicht darüber nachdenken, dass man etwas vorliest. Es ist so, als würde man es frei sprechen. Und deshalb muss man sich je nach Schwierigkeitsgrad einer Geschichte mehr oder mal weniger damit beschäftigen. Und das Lesen, wie gesagt, um diese Leichtigkeit. Es soll sich leicht anhören. Diese Kunst beherrschen Sie auf jeden Fall. Dankeschön. Diese Kunst der Leichtigkeit. Ja, Sie lesen ja nun sehr viel. Also Sie müssen Skripte lesen, Filmskripte lesen, Skripte, die Sie ablehnen, Skripte, die Sie annehmen. Haben Sie überhaupt noch Zeit, privat zu lesen? Ah, unbedingt. Ich bin so eine Leseratte. Und wenn ich, ich habe viele schöne Dinge von meiner Mutter übernommen, aber sicherlich das Lesen. Meine Mutter ohne ein Buch in der Hand konnte man sich nicht vorstellen. Und ich bin, worüber ich sehr glücklich bin, mit Büchern groß geworden. Und ich bin auch jemand, der gerne auf Literaturfestivals auftaucht, weil ich finde, es gibt nichts Schöneres, als Menschen auch zum Lesen zu verleiten oder eben auch zu Hörbüchern zu verleiten. Hörbücher, finde ich, übrigens sind immer ein ganz wunderbarer Einstieg in Bücher auch, dass man selber auch Lust bekommt zu lesen. Ich lese sehr gerne, ich lese sehr viel. Im Moment habe ich relativ schnell von Martin Sutter den Elefanten gelesen, weil der, ach, da konnte ich gar nicht aufhören. Und ich habe von Ian McEwan die Nussschale, das lag daran, ich hatte ihn selber kennengelernt und er hat mir dieses Buch zugeschickt mit einer wunderbaren Widmung. Und auch das ist ein Buch, was mich so in eine andere Welt gezogen hat. Dann beschäftige ich mich viel mit Prosa. Ich bin ja sehr viel auch unterwegs mit den Gedichten von Selma Meerbaum-Eisinger. Und momentan habe ich ein Buch, was ich sehr spannend finde, von Michael Bulgakov, der ja Meister und Margarita, was ein Meisterwerk ist für mich, geschrieben hat und mich in meiner Jugend sehr begeistert hat. Und auch später nochmal, da habe ich dieses wunderbare Buch zusammen mit einem der Klitschko-Brüder übrigens auch mal vorgelesen, Teile davon. Und es gibt jetzt ein Buch, das heißt, Ich bin zum Schweigen verdammt. Das sind Tagebücher und Briefe von Bulgakov. Und da beschäftige ich mich im Moment gerade damit. Aber ich habe nicht die viele Zeit, wirklich so dran zu bleiben. Aber es ist bei Tagebüchern und bei Briefen ist es natürlich leichter. Man kann sich wirklich so in einen Brief vertiefen. Ja, man darf auch mal Abstand nehmen. Man darf Abstand nehmen und dann kann man es auch mal wieder lassen. Und man hat wirklich dann so ein Kapitel für sich, wie so ein Brief ist oder eine Tagebucheintragung. Das ist ein sehr schönes Lesen, was einem die Möglichkeit gibt, eben jetzt, wo ich dann auch wieder arbeiten muss, zu unterbrechen. Sie sind eine der bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands. Sie werden garantiert auch auf der Straße erkannt. Sie sind viel unterwegs zum Drehen, für Lesungen. Sie reisen bestimmt auch viel. Womit beschäftigen Sie sich in Ihrer Freizeit? Wo finden Sie einen Ausgleich? Wo finden Sie Ruhe? Wo finden Sie Erholung? Es ist wirklich so, dass es Bücher sind. Bücher bringen mich ganz schnell in eine ganz andere Welt, in andere Welt- und Lebensformen, in eine Tiefe oder auch in eine Komik. Ich kann mich auch mit sehr leichten Büchern beschäftigen. Bücher sind, finde ich, ein wunderbarer Weg, um zur Ruhe zu kommen oder sich auch aufzuregen oder auch zu kämpfen. Aber man kann es so wunderbar erst mal mit sich alleine machen. Und dann kann man wunderbar über Bücher reden. Auch das, finde ich, ist etwas, um rauszukommen, so aus seinem Trott. Aber ja, ich reise sehr gerne. Ich bin jemand, der schon in zwei oder drei Tagen, ich brauche andere Blicke, ein anderes Umfeld. Ich muss mal raus aus, ich kann ja nun wirklich nicht behaupten, dass ich an einem festen Ort gebunden bin, das nicht. Aber ich liebe es einfach mal ganz kurz, auch für zwei, drei Tage und manchmal am Wochenende irgendwo hinzufahren. Und einfach, um auch die Augen wieder zu öffnen, die Sinne zu öffnen. Und dadurch bin ich sehr, sehr schnell auch wieder, wie soll ich das sagen, regeneriert, muss ich gar nicht sagen. Aber natürlich ist man ja auch oft angespannt und müde ein bisschen von der Arbeit. Andere Blicke, andere Menschen, auch das Essen. Ich bin jemand, der Essen nach wie vor als Kultur sieht. Und auch da ist es etwas, das sind Momente, die haben etwas mit Genuss zu tun, aber eben auch mit den Sinnen zu tun. Und die Sinne mal woanders hinzulenken, das ist schon, das ist ein guter Ausgleich. Und es erdet, denke ich mir. Und es erdet sehr, sehr gut, ja. Wir haben jetzt schon sehr viel über Sie erfahren. Vielen Dank schon mal dafür. Kommen wir zurück zu dem heute aufgenommenen Hörbuch. Das heißt, eine Frau am Telefon und die Autorin heißt Carol Fivé. Worum geht es in diesem Buch? Meine Güte, ja. Es ist eine Frau, die uns, ich würde mal denken, vielleicht ein, zwei Jahre in ihr Leben blicken lässt. Es ist gar nicht so ganz genau auszumachen, wie lange dieser Zeitraum ist. Es ist eine Frau, die ist politisch unkorrekt. Es ist eine Frau, die ist launisch. Es ist eine Frau, die herzerwärmend lieb sein kann. Es ist eine glückliche Frau. Es ist eine zutiefst unglückliche Frau. Es ist eine Frau mit allen Widersprüchen, die es gibt. Sie ist von einer bitteren Komik. Sie ist von einer ungeheuren Offenheit. Sie öffnet ihren Seelenzustand, ihr Herz. Sie ist ständig auf der Suche, mit ihren 64 Jahren auch noch den Mann ihres Lebens zu finden, nachdem sie fand, dass der Mann ihres Lebens war, es wirklich nicht verdient hat, der Mann ihres Lebens zu sein. Und das ist in einer anrührenden, komischen, traurigen, witzigen, traurig auch, weil sie auch eine schwere Krankheit begleitet, wie sie mit dieser Krankheit, wie sie mit dem Ende ihres Lebens eigentlich umgeht, im letzten Viertel ihres Lebens angekommen zu sein. Das hat mich wirklich fasziniert, diese Frau. Also das ist so eine Achterbahnfahrt. Und dann liebe ich natürlich alles, was politisch nicht korrekt ist, ist klar. Ja, politisch nicht korrekt, das trifft den Nagel auf den Kopf. Ja, eine Frau, über die man lachen kann und weinen kann, die man in den Arm nehmen möchte und gleichzeitig wegstoßen möchte. Ja, der möchte man auch manchmal links und rechts eine um die Ohren hauen. Ja, dann würde ich Sie bitten, ein Stück aus diesem Buch für uns mal vorzulesen. Hallo, ich bin's Mama. Meine Stimme ist total hinüber, aber ich konnte nicht zum Arzt gehen, die sind alle im Urlaub. Aber gut, wie geht's dir? Alles in Ordnung? Dein Bruder wollte nicht, dass ich es dir sage, aber ich mache mir Sorgen wegen meiner roten Blutkörperchen. Und wegen der Weißen übrigens auch. Ich habe von beiden zu wenig. In einem Monat gehe ich wieder zur Blutuntersuchung. Das muss kontrolliert werden. Ich habe echt Angst und es geht mir nicht sehr gut. Ruf doch zurück, wenn du magst. Na ja, du hättest dein Handy ja ausschalten können. Ich bin schon seit sechs Uhr wach, deshalb... Was? Ich habe deine Freunde geweckt? Wieso? Schlaft ihr etwa alle zusammen in diesem Ferienhaus? Muss eine schäbige Bruchbude sein. Ach, das habe ich nicht gewusst, aber man erreicht dich ja nie. Na gut, wenn du mir in dem Ton kommst, dann werde ich euch nicht mehr belästigen. Ich habe verstanden. Ich werde ganz alleine hier herumsitzen, ohne von dir zu hören. Na schön. Amüsier dich und denk ab und zu mal an mich. Aber was ist, wenn ich dir dringend etwas sagen muss? Da muss ich dich doch erreichen können. Was mache ich da? Tja, dann eben nicht. Ich warte, bis du mich anrufst. Nochmal ich. Ich bin am Durchdrehen. Ich habe schon ein ganzes Päckchen geraucht und eine Kanne Kaffee getrunken. Und alles wieder ins Klo gekotzt. Das Zeug war bitter wie Galle. Deshalb habe ich dich angerufen. Ich musste einfach mit jemandem reden. Entschuldige. Natürlich weiß ich, dass du im Urlaub bist. Und ihr wollt morgens immer ausschlafen. Schon gut, schon gut. Ich melde mich wieder. Du bist es? Nein, nein, nein. Kein bisschen. Ich bin nur gerade auf Meetik, dieser Online-Single-Börse. Ich habe mich angemeldet. Kostet 29,90 im Monat. Da ist einer, der sich Patch nennt. Und der mir ganz gut gefällt, weil er ziemlich viel raucht. Ich habe schon mindestens an zehn Typen geschrieben. Aber kein einziger hat mir geantwortet. Ich muss dazu sagen, dass ich meine Mails um drei Uhr nachts losgeschickt habe. Das kommt natürlich nicht gut an, stimmt's? Ja, also so etwas wie mich. Super. Oh, und wer ist das? Gerard, 428. Hey, ist der süß. Ja, nicht auf allen Fotos, das nicht. Auf anderen wirkt er wie ein alter Knacker. Und der da? Er mag was? Korridas? Hilfe! Ich kann dich nicht mehr hören. Hast du aufgelegt? Willst du mir nicht helfen, jemanden zu finden? Oder wäre es dir lieber, wenn deine alte Mutter ihre letzten Tage in größter Einsamkeit verbringt? Sei doch bitte etwas moderner. Heutzutage machen das alle. Sogar Colette. Echt wahr. Colette hat sich auf wer weiß wie vielen Internetportalen angemeldet. Sie sucht in ganz Frankreich nach Männern. Wenn du wüsstest, wie viele Frauen alleine sind. Ganze Heerscharen. Selbst wenn sie gut aussehen, interessant sind und super verdienen, muss ihnen klar sein, vor einer alleinstehenden Frau hat man, man Angst. Aber gut, in deinem Alter hat man das nicht nötig. Genieß es. Genieß es, denn wenn du erst mal über 50 bist, ist Schluss mit lustig. Das kannst du mir glauben. Oh je, die suchen alle nur junge Dinge auf dieser Seite. Aber bedauere, ich bin so alt, wie ich bin. Ich werde deshalb doch kein falsches Alter angeben. Oder? Ach was, ich könnte natürlich 58 sagen. Was hältst du davon? 58 klingt junger als 62. Das käme besser an. Stimmt, ist eigentlich egal. Wo kann man hier seine persönlichen Angaben ändern? Hallo? Ich bin's. Deinen Anruf heute früh habe ich verpasst. Ist echt schön der neue Klingelton, den du mir aufs Handy geladen hast. Immer wenn ich ihn höre, singe ich mit und vergesse ganz, dass ich rangehen sollte. Hast du deinen Bruder angerufen und ihm zum Geburtstag des Kleinen gratuliert? Ich hab's wieder mal vergessen. Und da haben sie mich alle vier angerufen und zum Geburtstag viel Glück ins Telefon gegrült. Wie steh ich jetzt da? Nein, nein. Ich kaufe ihm nichts. Sie haben von mir zu Weihnachten schon genug bekommen. Das muss auch mal reichen. Mit meiner kleinen Rente. Und dann soll ich euch auch noch mit Geschenken überschütten? Nein. Was für eine verkehrte Welt. Ich habe meine Blutergebnisse erhalten. Aber ich habe nichts kapiert von dem, was da steht. Blutplättchen 55.000 pro Mikroliter. Hämoglobin 10,1 Gramm pro Deziliter. Erythrozyten. Weißt du, was Erythrozyten sind? Und die Blutplättchen, meinst du, die sind wichtig? So ein Mist. Ich gehe natürlich zu meinem Hausarzt, sobald ich kann. Aber jetzt, wo die Ferien vorbei sind, ist er krank geworden. Stell dir vor, hast du das schon mal erlebt? Ein Arzt, der krank wird? Nein, zu irgendeinem Vertreter gehe ich nicht. Ich bin an meinen Doktor gewöhnt und warte lieber, bis er wieder da ist. Wann kommst du noch mal? Wann? Bald. Das sagt dein Bruder auch immer. Aber außer zu Weihnachten lasst ihr euch nicht blicken. Hey, warum beantragst du nicht eine Versetzung? Wenn ihr näher bei mir wohnen würdet, könnte ich euch zum Essen einladen. Ich könnte zu euch kommen und euch den Haushalt machen. Und wenn es mit dem Geld eng wird bei euch, würde ich mich um euch kümmern. Ich könnte sogar den Keller ausbauen, für den Winter eine Heizung installieren lassen. Der Keller ist groß, ihr hättet genug Platz. Pfff. Warte ab, bis du in meinem Alter bist. Dann wirst du an mich und meine Worte denken. Du wirst sagen, oh ja, Mama hat recht gehabt und ich unrecht. Und jetzt, wo sie nicht mehr da ist, man hat nur eine Mutter, das solltet ihr ausnutzen. Was schaust du dir gerade im Fernsehen an? Dann schalte ich denselben Sender ein. Das gibt mir das Gefühl, dass wir zusammen sind. Gestern Abend kam ein schöner Film mit dieser Kleinwüchsigen. Der war echt toll. Es ging um die Welt der Mode und da geht es zwischenmenschlich ganz schön hart zu. Ach, ein Glück, dass diese kleine Frau da war. Ja. Weißt du, warum mir im Internet kein Mensch auf meine Kontakterzeigen geantwortet hat? Ich habe an der falschen Stelle angeklickt bei Ich bin eine Frau und suche eine Frau. Da ging natürlich nichts. Als Pseudonym habe ich Chinchilla 417 genommen. Wie findest du das? Klingt es einigermaßen jung? Das sind diese kleinen pelzigen Tiere. Und da ich im Zeichen der Ratte geboren bin. Und du? Was war nochmal dein Sternzeichen im chinesischen Horoskop? Schwein? Das ist gut. Ein positives Zeichen. Also, das hatte ich reingestellt. Junggebliebene Rentnerin wünscht sich einen netten, fürsorglichen Partner, der das Leben ebenso sehr liebt wie sie. Ich lebe mit meinem kleinen Hund allein, habe aber gute Freunde, und mein Hobby ist Öhnmalerei. Ich liebe Van Gogh, Matisse, Picasso und alle großen Maler des 20. Jahrhunderts. Was hältst du davon? Also, ich habe absichtlich ganz sachlich geschrieben, damit mir keine notgeilen Idioten antworten. Ach je, mir lagen so viele Männer zu Füßen. Und jetzt? Jetzt muss ich es büßen. Na klar, mit 20 konnte ich alle Männer haben, die ich haben wollte. Was denkst du? Und ich war so bescheuert, euren Vater zu heiraten, diesen verrückten Psychopathen. Ausgerechnet ihn. Und dabei hätte ich einen sehr netten, sensiblen Mann haben können. Der wollte mich heiraten. Und ich habe ihn sitzen lassen. Dieser andere war extra aus Lyon gekommen, um bei meinen Eltern um meine Hand anzuhalten. Er hieß Pierre Rival. So was denkt man sich nicht aus. Meine Eltern mussten ihn ohne mich vom Bahnhof abholen. Ich war da bereits mit eurem Vater auf und davon. Pierre Rival hatte mir als Geschenk eines dieser Pinne-Püppchen mitgebracht. Die waren damals groß im Mode. Meine Eltern sind mit ihm essen gegangen und haben ihn dann wieder in den Zug nach Lyon gesetzt. Er hat sich nie mehr gemeldet. Er war ein anständiger junger Mann. Tüchtig und sparsam. Und ich habe ihm einen Korb gegeben wegen... Wegen eurem Vater, diesem Mistkerl. Ich würde mich freuen, wenn du mich jeden Tag anrufst. Die Uhrzeit ist mir egal. Wann es dir passt. Sagen wir morgens, wenn ich aufwache, gegen sieben oder acht und abends, wenn ich durchhänge, gegen fünf oder sechs. Dann kann ich mir tagsüber sagen, bald ruft sie an. Und wenn wir aufgelegt haben, kann ich mir das, was wir uns erzählt haben, nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich verlange nicht viel. Ich will nur deine Stimme hören. Auch wenn du nichts Spannendes zu erzählen hast. Für dich ist es eine Kleinigkeit, aber mir würde es enorm helfen, denn ich fühle mich oft schrecklich einsam. Ha, er ist der Böse in diesem Film. Der Mistkerl, so ein Mistkerl. Er ist hinter dir, dreh dich um. Zu spät, wie kann sie auch nur so blöd sein? Ach, ich mach lieber aus, diese Fernsehserien sind zu dämlich. Ich ruf dich zurück, ist ja gleich zu Ende. Nein, ich würde sofort Nein sagen. Er ist der Mörder, ganz klar. Schau, der Körper, da schwimmt er. Oh, wie schrecklich. Ach, das Blut, so viel Blut an seinem Mantel. Den werden sie schnappen. Äh, äh, Mietig? Nein, äh, nein, da bin ich wieder raus. Da sieht man immer dieselben Gesichter. Die Typen auf Mietig sind wie die, die zu Ikea gehen. Sie suchen nur nach Standardmodellen. Und ich bin nun mal nicht Standard. Nein, danke, von Männern hab ich die Nase voll. Leben bedeutet Leiden. Und in meinem Alter ist mir das einfach zu anstrengend. Ah, Tod durch Giftspritze. Er ist verurteilt worden. Damit hätte er rechnen müssen. Ich mag diese Fernsehserie. Nachher geh ich gleich ins Bett. Je bescheuerter, desto besser. Bist du's, meine Süße? Der Arzt hat angerufen und ohne lange Vorrede gesagt. Madame, hier spricht Dr. Plow. Ihre Ergebnisse sind sehr schlecht. Sie haben Krebs. Wir sehen uns am Montag in meiner Praxis. Und dann hat er aufgelegt. Ich und Krebs. Der gute Mann hat sie wohl nicht mehr alle. Im Krankenhaus haben sie ein Sintigramm von mir gemacht. Der rote Pfeil ist der Krebs. Der Pfeil war direkt am Knochen. Er hat gerade angefangen, ins Knochenmark einzudringen. Höchste Zeit also. Der Professor sagte, es handelt sich um einen sehr aggressiven Krebs. Und folglich müssen wir auch sehr aggressiv dagegen angehen. Komisch. Ich habe Lungen wie ein Baby, obwohl ich 30 Jahre lang geraucht habe. Und da muss ich ausgerechnet Blutkrebs kriegen. Ist doch irgendwie blöd. Die Krankheit selbst ist mir fast egal. Die Chemotherapie auch. Aber was mir so richtig Angst macht, ist das Sterben. Ich kann doch nicht sterben, nachdem ich so ein beschissenes Leben hatte. Meinst du, mir fallen die Wimpern aus und auch die Augenbrauen? Meine Bettnachbarin im Krankenhaus ist super. Sie heißt Corinne und ist im Endstadium. Nicht mal eine Autotransplantation hat bei ihr noch was genützt. Sie hat zu mir gesagt, was ab? Wenn du mit der Chemo anfängst, wachst du eines Morgens auf und deine Haare liegen alle auf dem Kopfkissen. Deshalb habe ich mir die Haare lieber alle abrasiert. Corinne hat mir mit ihrer Geschichte von den Haaren auf dem Kopfkissen echt einen Schreck eingejagt. Und dann habe ich mir eine blonde Perücke à la Marilyn gekauft. Du wirst staunen. Die beste Frisur, die ich je hatte. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es mit meinen dünnen Haaren schon längst mit Perücken probiert. Das Zimmer ist nicht schlecht, man kann die Gleise sehen und vorbeifahrende Güterzüge, das ist ganz interessant. Corinne ist eigentlich Koreanerin und wurde als Kind adoptiert, aber weder ihre Eltern noch ihre Kinder lassen sich noch bei ihr blicken, weil sie ihnen keinen Cent mehr geben kann. Und weil sie hier im Krankenhaus noch nie Besuch hatte, habe ich gestern Abend am Automaten Schokolade gekauft und ihr aufs Bett gelegt. Zum Dank hat sie mir einen Stern aus kleinen Glasperlen geschenkt. Die bastelt sie selbst einfach wunderschön. Nein, nein, mach dir keine Sorgen, das Fernsehen hier ist gratis. Ich wollte es gleich bei meiner Ankunft bezahlen, aber sie haben gesagt, für euch Krebspatienten ist das Fernsehen umsonst. Hier im Krankenhaus hat man richtig intensive Begegnungen. Kranke verstehen sich auch ohne große Worte. Da war eine Frau, die nur Mut zu mir gesagt hat und da habe ich ihre Hand genommen und sie umarmt. Das ging weit über Worte hinaus. Klar leide ich, aber gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, das Abenteuer meines Lebens zu erleben. Danke für deinen Besuch. Wir haben uns nie mehr so oft gesehen wie, seit ich Krebs habe. Ihr ruft an, wir verbringen Zeit zusammen. Wie mich das freut. Und wie war es für dich und deinen Bruder, mich ohne Haare zu sehen? Nun ja, ich habe Krebs und werde sterben. An den Gedanken müsst ihr euch gewöhnen. Ach was, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ihr seid es nicht, die krepieren werdet. Als ich damals meine eigene Mutter mit Krebs gesehen habe, hat es mir null ausgemacht. Wir standen uns sowieso nicht sehr nah. Ich habe sie nur einmal im Jahr gesehen, zu Weihnachten, wenn überhaupt. Als sie dann gestorben ist, habe ich fast durchgedreht, weil mir klar wurde, dass es aus war, dass ich mit ihr nie die Beziehung haben würde, von der ich geträumt hatte. Aber das, worauf ich gehofft und immer gewartet hatte, war nicht mehr möglich. Aus und vorbei. Ich dachte, ich würde verrückt werden. Aber wie du siehst, habe ich es überlebt. Meinst du, dass man ab und zu einen Schluck Whisky trinken darf, wenn man Morphin kriegt? Und dass es schlimm ist, wenn man während der Bestrahlung raucht? Ob man weiter Xanax nehmen kann, wenn man Cortison kriegt? Und darf man hin und wieder einen Joint rauchen? Colette wird mir was mitbringen. Ihr Sohn züchtet es bei ihr zu Hause. Ihr ganzer Garten ist voll mit dem Zeug. Ich brauche hin und wieder etwas, das mich aufmuntert. Die Behandlung ist letztlich doch ziemlich hart. Es ist verrückt, aber die vielen Medikamente haben meinen Geschmack, sind total durcheinandergebracht. Schinken schmeckt wie Schokolade. Schokolade wie Blumenkohl. Und wenn ich an die Torten denke, die ich früher so geliebt habe, mein Gott, dann muss ich mich fast übergeben. Wie bescheuert von mir, dass ich früher immer dachte, ich würde ewig leben. Und sobald man Krebs hat, ist es damit vorbei. Das verändert einen total. Vielen Dank, Frau Berben, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mir ein paar Fragen zu beantworten. Darf ich Sie noch fragen, welche Projekte anstehen in der nahen Zukunft, in der mittleren Zukunft? Welche Pläne haben Sie? Die Vergangenheit, über die rede ich gerade mal, weil die mich relativ fest im Griff hatte. Da habe ich vier Monate gedreht für eine fünfteilige High-End-Serie, nennt man das ja jetzt, ein Fünfteiler fürs ZDF. Das heißt die Protokollantin. Das ist ein extrem spannender Stoff, fand ich. Auch der Fokus, der auf einer Frau liegt, auch auf einer sehr ungewöhnlichen Frau. Das war ein sehr, sehr intensives Arbeiten über vier Monate. Und das wird im nächsten Jahr gesendet werden. Ich habe gerade eben beendet, wo ich nur eine sehr kleine Rolle übernommen habe, aber ich war so unendlich fasziniert von dem Buch, für einen Kinofilm, der heißt Der Vorname. Und ich fange jetzt in einer Woche einen neuen Film mit Dominik Graf an. Er heißt Hanne. Auch wieder der Film über eine Frau. Es sind zwei Tage im Leben einer Frau. Auch ein sehr, sehr intensives Buch über das Seelenleben einer Frau. Und ja, im Moment läuft im Kino noch High Society, ein Kinofilm mit der wunderbaren Katja Riemann, der auch nicht ganz, ja, sicherlich nicht politisch korrekt ist. Also so eine Frau möchte man nicht wirklich kennen, wie ich sie da spiele, aber man kennt sie. Ich habe mich orientiert an einigen. Ja, das ist das, was ich jetzt gemacht habe und als nächstes noch machen werde. Dann dürfen wir uns also freuen, viele neue spannende Projekte von Ihnen zu sehen, zu hören. Und wir wünschen Ihnen natürlich ganz viel Erfolg dabei und herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübber Audio Podcast. Bis zum nächsten Mal beim Lübber Audio Podcast. Untertitelung des ZDF für funk, 2017